. . . . . Sie sind an Land. Sprengladung gesetzt. Vier. Drei. Zwei. Eins. Heilige Scheiße. Die wussten, dass wir kommen. Du musst durchhalten. Wer immer die sind, die wussten über uns Bescheid. Wo ist der Helikopter? Wir suchen diesen Mann. Gregor Barowski. Der gefährlichste Mann, dem ich hier begegnet bin. Wir müssen ihn ausschalten. Wie ist Stratton denn so? Reserviert, würde ich sagen. Marty hat ihn nie als reserviert beschrieben. Barowski! Shit! Wir haben vielleicht was. MI6. Falls Sie Zweifel haben, in welcher Gefahr Sie sich jetzt befinden. Hier das Anschlagszene. Oh mein Gott. London. Ich werde meine Rache bekommen. Durch diese Biowaffe könnten Millionen Menschen von London bis Washington ums Leben kommen. Los! 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 Die Brücke! Jemand fragte Napoleon mal nach seinen Schlachtplänen. Er sagte, kommen Sie mit? Dann sehen Sie, was passiert. Dann sehen Sie. Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist eine ganz interessante Frage. Tapi denen kann man das wohlfassen. Und dann sehen Sie. Ich möchte. Dir jetzt noch. Dann sehen Sie. Ich möchte. Daher mache mich. Ich möchte. Ich möchte. Das heißt.